Derzeit jagt in Zwickau ein Event das andere. Eines, worauf sich zum einen die Automobilliebhaber als auch die Modeinteressierten schon seit langem gefreut haben, ist die Mercedes Fashion Night und die ging am vergangenen Wochenende bereits zum neunten Mal über die Bühne. Veranstaltet von Graus Event gemeinsam mit dem Mercedes Autohaus Luke und vielen anderen Partnern wurde hier wieder ein hochkarätiges, prominent besetztes Event auf die Beine gestellt. Sicher auch dank des schönen Wetters waren wieder viele autoaffine und modeinteressierte Menschen am vergangenen Samstag in Zwickaus Innenstadt gekommen. Wir freuten uns natürlich, unseren Hütten-Trabi vor der Tür von Modemeier unbeschadet versehen mit vielen Unterschriften wiederzufinden. Auf dem Zwickauer Hauptmarkt präsentierte das Autohaus Mercedes Luke eine Auswahl der aktuellen Modelle. Für das ortsansässige Autohaus als Namensgeber des Events war es natürlich selbstverständlich, wieder mit dabei zu sein. Wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Jahr wieder die Veranstaltung begleiten können, dass wir unsere Modelle hier ausstehen können. Wir haben alles aufgefahren, was so geht. Und ja, manche sagen, die Gelb ist die Trendfarbe jetzt. Ich finde, man sollte auch mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Und mittlerweile haben wir Modelle, wo sich auch jüngere Leute dafür interessieren und für jüngere Leute auch gebaut worden ist in der Welt. Thema Elektromobilität. Wie sieht es bei Luke aus? Elektromobilität haben wir ein Fahrzeug heute hier präsentiert. Ein EQC ist neu auf dem Markt. Da ist Markteinführung am 26.10. Wir haben das Glück, das Fahrzeug heute schon zu präsentieren. Und dann haben wir auch im Smart-Probefahrt-Event einen Smart-EQ mit zugelassen, den jeder auch hier selbst mal probieren kann. Während sich so mancher noch in den einen oder anderen Mercedes verliebte, ging es im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses in puncto Mode so richtig zur Sache. Hier präsentierten sich die Zwickauer Einzelhändler mit ihren Modenschauen. Viel Applaus gab es natürlich auch für die Jüngsten. Mit viel Liebe hatte man beim Kantshop Keller eine rund halbstündige Show vorbereitet. Der Höhepunkt der Mercedes Fashion Night war natürlich auch in diesem Jahr wieder die große Abschlussshow. Ehe die Gäste in den Bürgersaal des Rathauses strömten, baten wir die Protagonisten des Events um kurze Statements. Wunderschönes Wetter wie jedes Jahr und natürlich großen Dank an die Einzelhändler, die dieses Event nutzen, um ihre Mode vorzustellen und um ihre Kundenbindung hier auch zu festigen, würde ich mal sagen. Ich muss ehrlich sagen, das erste Mal seit neun Jahren war mal die Zeit, um am Nachmittag durch die Stadt zu laufen. Und es war absolut beeindruckend, wie viele Leute unterwegs waren, wie toll die Leute angezogen waren, wie die Geschäfte voll waren. Und man hatte wirklich das Gefühl, das Wetter war natürlich auf den Punkt, das war perfekt. Und man hat eigentlich nur zufriedene Leute gesehen. Also ich glaube, die Leute haben wirklich so den Drang, unterwegs zu sein, ihre Stadt zu erkunden. Und wir hatten mehr Händler als letztes Jahr. Das ist, denke ich, ein großer Verdienst für viele Leute, die da im Hintergrund arbeiten. Und ich muss einfach sagen, das war bis jetzt eine ganz tolle Konstellation, ein ganz toller Tag. Es ist euch ja auch wieder gelungen, heute diese Absolventen hier zu gewinnen. Und wir sind jetzt schon gespannt, wer das Rennen machen wird. Schauen wir mal. Ja, also ich weiß, dass uns viele beneiden über dieses Rahmenprogramm, weil das sind einfach Dinge, die müssen wir uns ja nicht einkaufen. Also Thomas Rath und Joachim Lampi, das sind alles Leute, wo wir schon auch finanziell ordentlich in die Tasche greifen müssen, um die Leute herzuholen. Aber die Absolventen hier zu haben, das ist genau das, worum uns viele beneiden. Und ich denke, wir haben heute eine Show zusammengebastelt, die hintereinander weg, ich denke mal, ganz toll sein wird für alle, die da sind. Also ich finde Zwickau unfassbar schön, muss ich sagen. Also die ganze Anreise war schon so schön. Ja, auch die ganze Gegend. Und ich bin so herzlich empfangen worden hier in Zwickau. Also das hat mich sehr gerührt. Und hier im Modehaus Kress, meine Güte, was ist hier passiert? Ja, diese tolle, ja, diese tollen Tanzpaare, die wir bewerten durften, was ich also ganz toll fand. Ja, und eine enorm schöne Stimmung. Es ist ja eine gewachsene Sache. Es ist die neunte Mercedes-Festzeit. Die Geschichte hat sich weiterentwickelt. Und wir haben es heute von der Wirtschaftsförderung gehört. Es bringt natürlich die Einzelhandel zusammen. Und das finde ich ganz toll. Also es ist ja schon das neunte Mal, dass es passiert. Und ich finde es toll, dass sie das so macht. Warum? Ich stehe und brenne für den Einzelhandel. Ja, weil ich komme natürlich auch aus der Mode. Und die Städte müssen zusammenwachsen. Die Städte müssen sich irgendwas überlegen, dass wirklich die Endverbraucher in die Städte wiederkommen, Lust bekommen, zu flanieren, zu shoppen oder auch einfach nur sich zu informieren. Und es ist auch schön, so ein Get-together, ein Austausch, auch hier mal durch diese ganzen Geschäfte zu gehen, sich beraten zu lassen und nicht immer nur zu Hause zu sitzen oder vom Internet die ganze Ware zu bestellen. Das ist nicht unbedingt förderlich für uns Menschen generell. Deswegen finde ich es schön, dass Städte das auch dann irgendwie einsehen und auch dann das alles zusammenführen. Vor allen Dingen auch alle Einzelhändler. Es ist ja nicht nur das Modehaus Kress, was mitmacht, sondern ich glaube, es sind 40 Einzelhändler, die sich komplett daran beteiligen, von Friseurgeschäften bis hin zu Sportgeschäften, egal was das ist. Das heißt, es ist auch so eine Community der Stadt, was ich ganz toll finde. Schaut man in Ihre Vita. Sie haben ja schon einiges gemacht. Germany's Next Topmodel. Sie haben ganz viele Promis angezogen. Was würden Sie der normalen Frau oder dem normalen Mann an die Hand geben, der vielleicht nicht das Gardemaß von 1,80 hat, darf er auch trotzdem Mode tragen? Sollte er modebewusst sein? Er soll sehr modebewusst sein. Aber modebewusst ist auch ein sehr breites Spektrum. Also man darf auf keinen Fall die Leute jetzt irgendwie dahin zuziehen, dass sie so Modegockel werden. Sie sollen, sage ich mal, sich wohlfühlen in der Klamotte, die man anhat. Aber sie sollen auch so ein bisschen, sage ich mal, mit den Modetrends gehen. Für die Frau aktuell, es sind so hübsche Herbstfarben, die kommen, wie Camel. Sie tragen es auch. Leo ist riesig angesagt. Das soll man alles mitmachen, weil es ist jetzt gerade, hat man Spaß drauf. Camelfarmende Mäntel. Alle Männer sollten im Grunde genommen sich einen Camelfarmenden Mantel kaufen. Und man nicht den Mantel tragen, den man schon drei, vier Jahre anhat, sondern vielleicht mal einen neuen Mantel dazu kaufen. Man soll so ein bisschen spielerisch damit umgehen. Die Hosen dürfen ein bisschen schmaler werden. Ja, elastische Jogpants zum Beispiel sind für die Männer sehr angesagt. Also die sollen auch mal das Elastan entdecken. Also rin an die Läden, sage ich immer, rein in die Geschäfte und bitte einfach mal ausprobieren und mutig sein. Mutig sein, das ist wichtig. Ich finde, dieses Jahr ist besonders voll in der Stadt gewesen. Natürlich das schöne Wetter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch tolle Modenschauen. Die Einzelhändler haben sich viel einfallen lassen. Und ich glaube, so viel wie heute in der Stadt los war, ist nicht jeden Samstag oder nicht jede Woche los hier in Zwickau. Sie sind heute nicht alleine gekommen. Sie haben sich Verstärkung mitgebracht. Stellen Sie uns die junge Dame mal vor. Ja, ich musste Verstärkung mitbringen, sonst schaffe ich das hier nicht mehr in Zwickau. Wie Sie gesagt haben, ich bin ja schon alt, das Urgestein hier so ungefähr. Aber Katharina, meine Tochter, ist heute mit. Die läuft auch die Show mit. Und die ist heute Nachmittag schon den ganzen Nachmittag gelaufen. Und sie macht das sehr ordentlich. Katharina, wie gefällt es dir oder wie hat es dir gefallen hier in Zwickau? Sehr schön. Die Leute sind super entspannt. Es ist eine total tolle Atmosphäre. Junge Leute und die Klamotten waren auch super. Und das Laufen hat Spaß gemacht. Also ich finde es toll. Erzähl mir was von dir. Wenn man so einen berühmten Vater hat, ist der, er ist ja hart in seinen Schoß. In Beurteilung ist er auch hart zu dir oder ist er eher der liebe Papa? Der liebe Papa. Aber er kann dir sicher auch viel mitgeben. Und was sind deine Ziele, was sind deine Pläne? Ich fange im Oktober an zu studieren. Marketing und Eventmanagement. Das ist also auf jeden Fall das allererste und das größte Ziel überhaupt. Ich freue mich auch riesig da drauf. Und ansonsten sportliche Sachen und Sprachen lernen. Ich lerne unglaublich gerne Sprachen. Ich habe jetzt an der Uni, werde ich auch mit Chinesisch anfangen. Ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Als Moderatoren führten auch diesmal wieder Tina Wojnowski von Radio Zwickau und Joachim Lambi durch den Abend. Auch in diesem Jahr stellten sich wieder Absolventen der Westsächsischen Hochschule Studienrichtung Modedesign der angewandten Kunst Schneeberg einer hochkarätigen Jury. Fünf Kandidaten präsentierten ihre Bachelorarbeiten auf dem Laufsteg des Zwickauer Bürgersaales. Musik Musik Applaus 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 Schnell hatte die dreiköpfige Jury, die neben Thomas Rath aus Doris Hartwig die Männer so richtig gut anziehen kann und Mara Michel, Vizepräsidentin des Dachverbandes Deutscher Designer, bestand ihre Favoriten für den mit 1.500 Euro dotierten Mercedes Fashion Night Award 2019 gefunden. Natürlich lag die Entscheidung letztin beim Publikum, aber ein Stück weit Entscheidungshilfe gab es sicher von den Juroren. Am Ende hieß es dann, the winner is Maria Salomé Spuitrago. Die sympathische Kolumbianerin freute sich riesig. Applaus Du bist da 22 Jahre, erzähl uns was, wie bist du zur Mode gekommen? Also ich habe mich schon in Kolumbien entschieden, als ich mit der Schule fertig war, habe ein Stipendium, um Deutsch zu lernen und deswegen kam ich hierher, weil ich konnte ja ein Jahr Deutsch lernen und dann hat alles hier geklappt und habe meinen Weg auf dem Mode gefunden, keine Ahnung, also ich liebe es einfach und das ist so meine Welt, ja. Und du bist ja jetzt auch schon angekommen, du hast heute erzählt, wo arbeitest du jetzt? Ich arbeite gerade bei Hugo Boss, ich bin die Designassistentin bei Boss Woman Smart Cash Wall. Und deine Ziele, wo willst du mal hin? Also ich würde ganz gern, also nicht bekannt sein, aber schon in einem ganz guten Unternehmen arbeiten, als Designerin und also im Moment ist Hugo Boss mein Traum und ich habe dafür gekämpft und jetzt bin ich da, also das ist jetzt im Moment mein Traum, aber die Welt will resten oder keine Ahnung, ja. Die Welt steht dir offen, wir wünschen dir ganz viel Kreativität weiter und bleib gesund und bewahr dir deine Freundlichkeit. Vielen Dank, vielen Dank. So toll. Am Ende gab es noch Blumen und Geschenke. An dieser Stelle auch ein Dank an all diejenigen, die hinter den Kulissen zum Gelingen der Mercedes Fashion Night 2019 beigetragen haben. Stellvertretend seien hier die Teams der Parfümerie Burger und ProH erwähnt.